Und es geht weiter mit einem weiteren, warte wie das so ein Event war, einen weiteren Scheunenfunkt. Wollen wir mal was diesmal ist. Hast du es gefunden? Coole Sache. Die Redditors hatten also doch recht. Ich komme so schnell ich kann. Sehr, sehr geil. Sind das Einschusslöcher in der Tür? Egal. Bringen wir ihn erstmal in den Fuhrpark. Das war damals einer der schnellsten Audi oder Ready-Wagen überhaupt. Damals hatten die noch 800 PS und das wurde heute gedrosselt. Zu viele Unfälle gab. Auf irgendwie glaube ich 300 PS? 500? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wurde es stark gedrosselt. Ja, aber das war noch... So, und wir fahren mal weiter. Was machen wir denn? Töte? Werben kein Recht. Ähm, wir sind da. Wer fällt ein? Ja, komm hier. Machen wir. Machen wir. Wer fällt ein? Ich melde mich bald. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ähm, komm mal hin. Alles klar. Ich würde gerne ein anderes Fahrzeug nehmen, aber... Bei den Audi würde ich aufklicken. Auf jeden Fall. Das ist ein hammerkeines Fahrzeug. In 400 Metern links abbiegen. Also wirklich für Rally ist das ein... Ist das das Fahrzeug? Für mich jedenfalls. Finde ich. Aber wie gesagt... Bei den Charakteren, so wie auch bei Fahrzeugen, und sonstigen Sachen... Das ist natürlich alles geschmacksaal. Aber das bleibt ja wie gesagt, lebensselbstverlacht. Letztendlich kommt es eigentlich nur auf die Fahrweise an. Und auf den Fahrer. Und das ist das Schöne am Rennsport. In 100 Metern hast du dein Ziel erreicht. Scheißegal, wer du bist, wenn du gut fährst. Ja. Gut. So. Was ist das denn? Och, komm schon. Das ist querfeldein, Alter. Nicht so. Ich bin... Haben wir das nicht schon gemacht? Bei nächster Gelegenheit wenden. Das hat man ja schon gemacht, oder nicht? Oder bin ich jetzt... Ja, ja, komm. Haben wir noch nicht gemacht. Alles klar. Ja, dann los. Komm. Mit dem. Wollte... Wollte... Komm. Nee, das... Wir wollen nicht auf dem Fahrer. Also, das geht zu weit, ne? Das geht zu weit. Jetzt tuckere ich mit hier so einem Jeep rum? Nee. Brauche ich da auch nicht hinfahren. Ganz ehrlich. Was haben wir denn da? Moderne Muzzle Cars. Noch kein Richtig. Ein Beispiel Sportwagen. Ah, es ist doch alles schön, doch kacke hier. Also. Oh, ich muss... Holen uns ein neues Auto, beziehungsweise... Nehmen wir mal wieder den, den Skyline. In 400 Metern rechts abliegen. Wir sollten ja einiges leisten können. Nuh, 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 nuh. Ach, komm. Kleine Schildkröte, ey. Mit Gas jetzt. Rote wird neu berechnet. In 200 Metern rechts abbiegen. Da kann ich auch mal zeigen, welchen war ich eigentlich... Oh, hat der zu kaufen für... ...einen Sport. In 400 Metern links abbiegen. Nichts wegen der Skyline, aber... ...der ist... ...is halt kein Richtiges... ...ein Auto, ne? Hier fährt nur ein... ...nur... ...ein Sportwagen. ...nur... ...wann wir davon einfach... ...habet keines. Hallo! Hallo, Spinner. Ich mach mal... ...frei, ich bin selber beruhig. Ich... ... einfach... ... fährt einfach! Mensch, das kann doch noch! Pfff! So, ne! Kann ich jetzt vielleicht... Ne, einer fehlt mir noch! Oder? Ein paar mehr, egal! Macht ja auch nichts! Ne, macht ja... In 400 Metern links abbiegen! Warte nun, entscheid ich doch mal! Links abbiegen! Du hast dein Ziel erreicht! Jo, nö! Ja, nö, aber eher nö! 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 Ja! So! Ja, da können wir lange rum! Ich wollte nämlich den... ... jetzt... Lamborghini... ...muchio largo! So! Ist, finde ich... ... der geilste... ... Tagsache! Arbeit! So, auf Thema... ...bieten! Komm, wir machen das einfach mal! So, bieten! Ja! Zack! Dankeschön! So! Dann hatten wir noch... ... 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 Tatsächlich. Schön. Haben wir leider verloren und den haben wir leider auch verloren, das ist ich natürlich schieß, aber egal. Ich glaube das waren nur 150.000. Ja, das waren viele. So, ich glaube nicht, dass ich den kriege, aber man kann ja auch mal Glück haben, irgendwann mal. Dann wollte ich ja noch den Port, den nicht, den aber auch 200.000. Neun Minuten oder neunze minuten. Ich meine, hier sind überall keine Boote drauf. Ich will sie wieder. Fällig. Einmal da. Ja, danke. Und einmal da. Auf tun können wir die da selber. Oh, warte, warte, was für 275.000 war? 275.000. Glaub ich jetzt nicht so viel, ne? 55, 275. Wir haben das Geld ja auch. Gut, komm, wir holen den. Wir hätten mal vorher drauf achten sollen, aber... Ja, komm. Wir kaufen den. Dann tunen wir den auf. Foto abholen. Jetzt haben wir den anderen zwar, ne? Aber... So, da muss ich gleich nochmal gucken, dass wir ein SUV bekommen. Nur noch nicht. Da haben wir ihn. Ja, geil. Endlich haben wir ihn, Alter. Schönes Auto. Schönes Auto. Da tunen wir natürlich erstmal. Manuelles Tuning natürlich. Oh, nein. Was können wir denn da machen? Das sieht natürlich nicht schlecht aus. Ja, wären die Fenn so ein bisschen weiter nach unten. Wäre das schon geil. Ja, Fahrwerk. WD auf AWD. Fündigkeit geht hoch. Beschleunigung geht zurück. Eine. Eieieieieie. Gut, wir tun jetzt mal anders. 2000, das ist nichts. Uh, da ist mein Motor. Probleem. Hoch. Hoch, alles hoch. Sehr schön. Ich bin nicht aber egal. aber das wäre auch zu viel im moment das erstmal Okay, Bremsen natürlich, das brauchen wir auf jeden Fall, Skitriebe, ja das brauchen wir auf jeden Fall. Reifenverbreiterung brauchen wir vorne nicht ganz so viel. Ich möchte aber auch ein bisschen besseres Endling haben. Felgen, was nehmen wir denn hier für Felgen? Da müssen auf jeden Fall andere her. Die sind schon nicht schlecht. Ja, er hat die silbernen. Er ist nicht dieselben, nur ein... Nee. Hier aber jetzt hat er eigentlich ganz gut. Eigentlich. Das ist auch nicht schlecht. Blöd ist, wenn man die hier einfärbt, dann Reifen selbst auch mitverändert. Das war alles nicht. Ist doch kacke. Was haben wir denn bei vorne? So. Ja. Okay. Okay. Das ist auch nicht schlecht. Passt zum schwarz, aber nichts. Teil irgendwie. Das passt dazu. Das hier passt. Noch dazu. Ah. So. Sprechen gar nicht. Eigentlich. Nicht schlecht. Sagte er, obwohl er nicht so viel sprechen wollte. Ah. Es ist, es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Sowas finde ich eigentlich geil, weil es halt so offroad mäßig immer kommt. Noch. Passt auch gut. Mal so viel wieder, ey. Das ist doch... Das ist scheiße. Ich würde sagen, wir nehmen... ... oder die hier. Hmm. Ne, wir nehmen die anderen. Dann machen wir da noch einen Ticken größer. Das sieht ja zu groß aus. Guck mal. Ja, doch. Das können wir so lassen. Das ist okay. So. Fahrwerk. Oh, guck mal. Aber da wird jetzt nur die Bremsen. So. Eine kleine Verschlechterung der Bremsen, aber nicht viel. Ne. Ne. Ja. Ne. Die Bremsen geht hoch. Bremsen minimal. Auch. Aber das andere geht alles viel zu viel. Ansonsten haben wir alles. Auf. 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 Na auch. Klasse A. Bis. Tausend. Komm. Geile Scheiße. So. Ähm. Und den machen wir später. Mein Wunder. Ein wie lange braucht denn der Alter gesehen. Nehmen wir ihn noch auf. Auf jeden Fall. Ich hab mich mit dem Mechaniker unterhalten. Mhm. Er glaubt. Glaubt. Dass jemand einen Bergrennwagen daraus machen wollte. Hat die Radläufe entfernt den Motorraum für einen V8 vorbereitet. Und dann wahrscheinlich aufgegeben. Naja. Umso besser für uns. Ist jetzt nicht so schlecht. Aber wollte ich jetzt nicht haben eigentlich. Naja. Ja. Der Mini Cooper. Ja. Er war etwas feucht. Schimmlich. Und hat übel gerochen. Aber jetzt läuft er wie eine 1. Ein Mini kriegt man nicht klein. Hätte er nur etwas mehr Bodenfreiheit würde ich ihn mit ins Gelände nehmen. Ah. Naja. Als Reli war eigentlich nicht. Naja. Nö. 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 Ja. Und jetzt kommt dein Geschenk. Ne kleine Spielzeuglautung. Hey. Wenn du ihn nicht willst nehme ich ihn. Meine Oma kann damit zum Einkaufen fahren. Damit kommt sie im Supermarkt bis vor das Regal mit dem Katzenfutter. Ja. Ja. Und dann gucken wir mal die Felgen an. Alter. Hauptsache. Die tiefe. Äh. Wettelungsfelge. Alter. Da könnte er. Kleine und Spoiler drin klatschen. So eine Scheiße. Ah ja. So. Wir brauchen. Können wir nicht da. Nein. Mal ganz kurz gucken. Das ist auch ein riesiges Zeil. Ist echt ein riesiges Zeil. Ist auch schwerfällig. Ja guck mal wie groß das ist ey. Ne. 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 okay nicht schlecht jaguar fp ist ich mich so ein bisschen schwer was ich da so ein bmw möchte ich nicht haben der lamborghini soll zwar hammer sein aber muss nicht sein landrover würde ich jetzt auch nicht so nehmen jaguar fp ist schon nicht schlecht ich glaube den würde ich auch nehmen ein bisschen länger als im gelände nicht so toll 13.000 5.000 wie billig ne für 5.000 komm wie bieten wir da auf haben wir den auch ja schön und dann wollte ich noch mal gucken nach den lamborghini das ist bestimmt auch so teuer ja über boden ich habe auch nicht mehr genug ach du kacke ja ich weiß aber warum meine gebote ach über boden ja dann kann ich mein geld ja abholen mal meine credits ja danke ne bieten will ich ja nicht ich habe den ja schon ähm 65.000 haben wir jetzt der läuft noch eine minute der läuft noch eine minute ich denke mal den kriegen wir auch der ist halt schon aufregend ne die bieten doch einmal einmal ich glaube das wird ja der ist schon aufregend sollte ja 29.000 so ja wir versuchen sie mal ok endet bald kam jetzt nichts mehr ne so genau da wollte ich ja noch 1 mal gucken hin jetzt gar nicht so schlecht das monster design so coca cola alter nett gemacht so ich habe den mutual gewonnen ja geil gut dann lassen wir den erstmal ja ah option abgeschlossen auto abholen geil he 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 haben wir jetzt schon mal ein richtiges gern auto das wir für die straße nehmen können geschlossen haben wir den gewonnen auch äh alter das läuft ja heute geil man bei der mutual lager wurde ja schon ähm der wurde ja schon und 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 die geschichte da ist das ist echt geil so da wird erstmal aufgetont und ja ich weiß was möglich ist ja nicht so übertrieben das finde ich an so g das ist zwar nett gemeint aber das ist auch eins auf sieben die geschwindigkeit geht nur ganz dick runter dafür geht das ending ein hoch und die beiden gehen ein hoch mit das doch ernsthaft das könnt ihr doch nicht machen ernst das bringt ihr ernsthaft stellen wir den leuten ist doch äh geht nicht ich würde ihn eigentlich gern so lassen schön schnittig falsch machen was haben wir hier der ist AWD ja der ist ja schon ich würde erstmal oh ich Händling geht ein runter bremsen geht ein ich bin jetzt auch nicht überzeugt davon weil der übelst breit ist ne wir machen das nicht das machen wir nicht ich ich mache erstmal erstmal das das und das höre die hause rufe das die ne neu ne die ja zack was was Was, 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 was? Alles klar 3, 6, Moment, 6, 6 Die Geschwindigkeit wird ein bisschen besser in Pirams und hier nicht. Ah, komm, wir nimm's trotzen Taketa ist nur wieder toll Ja, wir nimm's trotzen Bremsen, natürlich Da müssen wir jetzt mal gucken Da der ja nicht für die Straße sei 3 Das würde ich fast schon so lassen Weil wir Hier ist ja Hier ist ja ein Da geht aber auch nicht Nimm die Bremsfähigkeit runter Oder die Geschleunigung Da ist ja mehr Gewicht drin, aber Ich versteh's nicht Ich muss das auch, glaub ich, nicht verstehen, ne? Wir sind willkürlich gemacht hier alles aber Egal Egal So, weiter mit den Serienreifen Dann Wir brauchen ein Gelände für den Wir brauchen Gelände für den Dann Vorne Vorne können die so bleiben Hinten 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 So ne Monster schlappen, alter Hinten aber ein Ding Bisschen dicker Ähm Sind wir denn da, alter Jetzt kann ich so verkehrt, aber Eigentlich ein bisschen schlägt Eigentlich ein bisschen schlägt Die gefallen mir nach wie vor Sehen bei dem ein bisschen komisch aus Die sehen geil aus Hat was, aber jo Die gefallen mir schon richtig gut Nein Ne Nein 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 Warte Hat schon was Ein aggressives Aussehen Ja das schon ist Auf Diese Endklappen Ne Wo sind die denn die Wo hab ich denn Hier ne Kommen wir noch ein bisschen besser Komm wir nehmen die jetzt Ei 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 Wir lassen die so Hinten natürlich auch Das haben wir ja schon So was haben wir denn hier jetzt Zack zack Verschlechtert sich nur noch Also nein Da brauchen wir auch nicht gucken Rvd will ich da bei dem sowieso nicht Also das wollte ich jetzt noch nicht Gut Ja Installieren Zack Und dann nur noch eine Kleinigkeit Machen Design zur Legierung Mal gucken wir ganz kurz was es dafür gibt Okay Okay Ja Sieht jetzt ja nicht schlecht aus muss ich sagen Aber nö Ähm Ja wir lackieren ihn ganz kurz mal um Und zwar Wer dann mal macht Ja ich weiß So wir müssen auch lackieren gehen Nicht schlecht Wir lackieren ihn In the road Möchte ich ihn haben Zudem bremsen Wirkt noch ein bisschen aggressiver Passt Motorhaube kann bleiben Das kann auch bleiben Die Felgen können auch bleiben Und das kann auch bleiben Also wir nehmen ihn jetzt einfach so Gehen kurz raus Drehen eine kleine Runde Was ist das? So gehen wir raus Lass doch mal gucken Ja doch das rote Feld mir auch Ja doch das rote Feld mir auch Noch 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 ein bisschen träge aber Ich denke mal der wird mein Rennen ganz gut Abschneiden Doch Gut Hier wird sein dann war es Das will ich sie vorher auch wieder Wir machen mit dem mal ein paar Rennen nachher Bis dahin Vielen Dank fürs Zuschauen Und ja Es ist dann x x 0